Mein Name ist Anja Merting, ich bin 47 Jahre alt, komme aus Berlin und arbeite seit 2008 bei der Berliner Volksbank. Schon mein ganzes Leben treibt mich ein hohes Interesse, eine hohe Neugierde, eine Wissbegierde an, immer wieder Neues dazulernen zu wollen und das gibt natürlich im GBF eine enorme Möglichkeit, über die verschiedensten Bestandteile dieses Programms in die Vielfalt der Bank noch mal in die Tiefen einzusteigen und das war tatsächlich mein Beweggrund, den Weg zum GBF zu gehen. Ich habe die Möglichkeit bekommen, das Angebot bekommen, diesen Weg gehen zu können, habe mich damit im Vorfeld sehr intensiv auseinandergesetzt. Das eine ist nachzulesen, sich bei der ADG zu informieren, was macht denn das GBF aus, also was genau wird da an Inhalten vermittelt, was für mich noch viel entscheidender war, mich mit Kollegen auszutauschen, die diesen Weg schon einmal gegangen sind. Ganz spannend war dann für mich in dem ersten Modul im GBF Basics meine eigenen Erfahrungen zu machen, neben dem vielen Interesse an den Inhalten, alles dazuzulernen, ja auch Bekanntes wiederzuerkennen, aber auch Neues dazuzulernen, war natürlich für mich eine ganz neue Erfahrung wieder so mit dem Aspekt, lernen zu müssen umzugehen, sich mit den Unterlagen auseinanderzusetzen, genau hinzuhören, was behält man auch in Richtung erfolgreicher Prüfung und schlussletztendlich natürlich auch mit der Prüfungsaufregung wieder umzugehen. Also ein Auf und Ab der Emotionen, das kann ich eigentlich so kurz zusammengefasst als die erste Erfahrung aus dem GBF Basic wiedergeben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.